So, jetzt seht ihr das Endergebnis, nachdem sie jetzt getrocknet sind und ja, ich kann nur sagen, ich liebe mein Silja Shampoo. Ich möchte es nie wieder hergeben und habe auf jeden Fall seit 3-4 Jahren ein tolles Ergebnis. Ich habe keine fehlenden Ecken mehr, ich habe keine trockene, schuppige Kopfhaut mehr. Ich habe wirklich ein tolles Gefühl mittlerweile wieder auf dem Kopf und ich kann euch allen nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu investieren und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, dürft ihr euch natürlich jederzeit gerne bei mir melden und schönes Haarstil gegeben, dank Dr. Kleantus. Also in dem Sinne, ihr Lieben, und ich freue mich natürlich, wenn ihr das Ganze wieder teilt. Macht's gut!